Advent Hektisch, Stress, Geschenke wahr, zum Rauch weit und breit, lasst all das mal beiseite für den Geist der Weihnachtszeit. Advent, Advent, ein Licht, ein Bänder, zwei, dann drei, dann vier, und ehe man sich versieht, steht wieder Weihnacht vor der Tür. Es duftet nach gebrannten Monden, Leibuchen und Zimt, und auch die Großen werden in den Herzen wie ein Kind. Frieden, Freude, Liebe, Fröhlichkeit, das ist die Weihnachtsbotschaft, öffnet eure Herzen wein. Advent, Advent, ein Licht, ein Bänder, zwei, dann drei, dann vier, und schneller geht die Zeit, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wer das Kind in sich bewahrt, genießt die Weihnachtszeit und trotz allem, was man merken kann, sich einfach nur mal freut.